Hier haben wir Simpton Garden Inn, haben wir von uns abonniere, super schönes Hotel, ganz neu, hier bei den Radiesstern, hier wird alles gerade ganz neu gemacht, in den Seminium, Höhe 31. 30. Straße, gegenüber ist St. Palms und das Rio Hotel, das Rio Plaza, Miami Beach. Hier heroben ist noch Einbahnstraße und auch weiter unten ist dann auch ein Degengesetz, wo man dann schön mit dem Taxi oder mit dem Bus runter zum Tauschenrei fahren kann.